Hallo, liebe Dallegemeinde, noch ein kleines Vorwort, wie es euch vielleicht aufgefallen ist. Habe ich bei der letzten Folge einen kleinen Schnittfehler gemacht. Es war eine Live-Übertragung und es war spät. Man möge mir die Schnittfehler verzeihen, aber solange es nicht im Spiel ist und meine Schnittfehler die Mission scheitern lässt, ist es für uns doch, glaube ich, ganz gut. Naja, auf jeden Fall, lehnt euch zurück, entspannt euch, los geht's. Ja, gut. Ganz groß. Raus hier. Wir sind jetzt hier raus. So. Hey. Was ist das denn hier? Ja, natürlich. Hm. Ich habe gehört, was passiert. Danke dir, für die Kindheit zu beschützen. Wenn die Druiden so weit weg sind, dann sind wir nicht nur Goblins, die wir Angst haben. Also können wir hier riskieren, oder sie für sicherlich auf der Straße. Das ist doch die Wahl, nicht wahr? Sie gesehen haben, was sie zu tun haben, nur um die Kinder zu versuchen. Das war die Körger. Das ist die Körger, ohne sie zu etwas verändern. Ich glaube, die Druiden könnte das nicht verstehen. Es ist ein schweres Gefühl, aber ich würde es lieben, wenn ich gesagt habe, dass ich es nicht erwähnt habe. Aber die Druiden würden uns schlauern. Wir müssen uns nahe den Korger, in einem Schwerpunkt. Ich kann das nicht so machen, aber sie haben bereits gesagt, dass sie dich einmal verletzten. Nee. Yes. Yes. Was ist das jetzt hier? Das war es schon wieder. 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 Das war's schon wieder. Das war es 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 schon wieder. Ja. Ja. Das war es schon wieder. 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 Oh ja. Das war es schon wieder. Das ist eine alte Statue. Wir müssen... Wir müssen weitergehen. Es gibt nichts über das jetzt. Oh, du kleiner Vampir, schnuckla. Schild, schild, schild. Schild, schild kann man immer mal. So, rein da. Gucken, was hier drin ist. Gar nichts. Öffnen. Oh, selten. Oh, selten. Oh, selten. Oh, selten. Oh, selten. Oh, selten. Ich muss mich gemütlich fühlen hier. So, was haben wir denn jetzt? Stiefel, was machen die? Oh, selten. 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 Was haben wir denn da noch? Oh, okay. Oh. Oh. Und sitzt da einfach. Oh, Sandale. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, das war's. Komm mal langsam hier raus. Gleich wieder da. Ja, Moment. Oh, okay. Let's go. Ach so was. Mero's here. aber wie soll ich den befreien wir müssen da irgendwie das müllwerk stoppen aber wie es 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 die brauchen wir jetzt nicht unbedingt aber naja hier ist doch was hebel 1 und hebel 2 da geht's ok was wäre wenn ich den hebel genommen hätte stehen geblieben müssen wir jetzt hier lang gibt er überhaupt noch keine ahnung ich glaube den brauche ich nicht mehr zu suchen ich glaube den brauche ich nicht mehr zu suchen er ist irgendwie komplett weg das ist jetzt abgeschlossen ah ja hier fantastisch muss ich nennen sind sie doch schon ich weiß nicht die 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 Was ist das? Ah, glad you have a moment for me. My... ...predicament ...has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Thank you. Oh, yeah. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon. I hate to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. No. It's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bowed your boundless kindness. So. Ja, ja. Was hat der da eigentlich? Er hat keinen Schmuck, aber die wollen den Schmuck zeigen. Ah, ja. Dex点 smoking, dro regen,吗? And. Who are coming to the tracks in 我们? And. Come. We're gonna fall off now. Entませ Uh. Hmm. Oh. Oh. There's a ghost. Let's try this way. Better fetch that. Let's try this way. Smoke. Something's burning. Hmm. Let's see what I can't leave. What's going on? They lose. He has the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. A massacre. Drow and Goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Might better take a peek. I hear shouting. Someone needs help. Drowcraft armor. No magic left there. Sun's too bright. Ok. Unlock Shred. Amen. Erstmal plündern. Mhm. Hole mel hole. Häuser. Wo ist denn die jetzt? Wo haben die alle so viel Schaden? Die Feuer. Hurry. Get this thing off me. No time to rest. I need a quick word. Breathe deep and move. Jared is he 1H1. Feuer. Hurry. Get this thing off me. Oh. No puedo. Oh. Oh. Du hast es geschafft! Danke. 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 Was ist denn mit dem Dorf? Kommt er jetzt mit? Wenn ich nur die Hör auf dem Dorf war, dann wird sie noch hier sein. Es war für eine Freundin. Ich habe eine verrückte Lade über die Hörbe. Wir diskutierten über die Hörbe. Dann hat sie die Dorf und verlassen. Harrah, harrah, harrah. Okay. Jeden Tag eine gute Tag abgeschlossen. Was ist hier los? Können wir mal aufmachen oder was? Aber erstmal. Nee, nein, nein. Ich wollte nicht die nehmen. Okay, ich werde es trotzdem. Oh ja, klappt ja. Oh 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 ja. Missionen. Ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um und dann werden wir wahrscheinlich da hinten oder da vorne, wo die Dame jetzt steht, der Herr Zwerg, reingehen. Aber das ist in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bleibt schön entspannt. Mir horche sie sich. Leid, dass die mir da verbrennt, wenn die da reingeht. Oh, Mann. Something over there. No chance I'll fit through that.